Hi, hier ist wieder der Holger von PCMAX und im heutigen Mainboard-Test möchten wir euch das ASRock 990FX Extreme 3 vorstellen, welches ein sehr günstiges Mainboard mit AMDs 990FX-Chipsatz ist und natürlich den Bulldozer in den Sockel AM3B bzw. AM3 Plus aufnehmen kann. Auch beim 990FX Extreme 3 setzt ASRock wieder auf die schwarz-goldene Optik, wobei alle Steckplätze und Erweiterungsklots schwarz gehalten sind. Mit insgesamt 5 SATA 3 Ports ist das ASRock 990FX Extreme 3 für den geringen Preis angemessen ausgestattet. Am Backpanel sollten keine Überraschungen erwartet werden, aber alle Anschlüsse die derzeit Standard sind und benötigt werden sind vorhanden. Da ASRock keine LEDs oder Statusanzeigen verbaut, wirkt das Board im laufenden Betrieb recht unscheinbar. Die UEFI-Version von ASRock lehnt an der Ausschussvorgabe an und ist demnach ebenfalls schön strukturiert. Unter dem Menüpunkt Overclocking Tweaker finden sich die ganzen Menüpunkte, um die CPU zu übertakten. Wie man hier sieht, verzichtet ASRock auf einige Spannungen. Trotzdem reicht das Ganze aus, um seine CPU und die anhängenden Taktraten sowie Multiplikatoren auf einem angemessenen Niveau zu übertakten. Wer seine Einstellungen speichern möchte, kann das unter den drei vorhandenen Profilen tun. Ob ASRock mit dem 990FX Extreme 3 ein Mainboard mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis entwickelt oder zu viele Abstriche gemacht hat, erfahrt ihr dann in unserem ausführlichen Test.